Keiner da, einer da. Grüß Gott. Grüß Gott, Olin Bertl meldet sich zu dir. Aber dass er sich hier gleich anscheißen vor Dienstbeginn, bin ich nicht korrekt. Und was habe ich gesagt über Handys und Kopfhörer? Die lassen wir schön draußen. Ich habe nur ein bisschen Blut gespieben. So, oben ist einer, da musst du aufpassen. Der geht manchmal rein, raus, ballert kurz runter und geht wieder rein. In den Raum dort. Ansonsten habe ich nichts wahrgenommen. In meiner Zeit hier. Okay. Für die Geisels auch schon. Ja, die habe ich schon. Warte, warum ist denn da zu? Da ist nie zu! Kann ich nicht auftreten. Komm mal rein, mach es schnell. Immer dass er schnell ist. Da ist zu. Da hat er die Tür aufgemacht. War das letzte Mal, dass er aufgemacht hat. Mach wieder zu. Du? Vielleicht hinter dir? Ist das gut oder schlecht? Da drinnen höre ich wer? Mach auf. Ja. Bauer neben dem Raum. Bauer neben dem Raum. Da ist einer ein bisschen nervös schon. Ich komme die Tür jetzt raus. Ja. Die abgeschlossen ist. Ich sehe den Gang. Ich sehe nichts. Das kommt von links. Das war ich. Okay. Ich habe nach Gasline einen Fuß geschossen. Na leibend. Da waren wir schon. Okay. Da auch nehme ich an? Du kannst jetzt mal das Kino machen. Ist jetzt aber noch keine Leute da, oder? Keine bösen. Oder hast du schon einen? Ja. Dann habe ich gekillt. Ganz am Anfang. Okay. Ich komme raus, die Tür. Der Raum hier ist auch safe. Ich gehe in einen anderen Raum rein. Okay, der ist klar. Hier. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Wo ist das alles? Richtig ruhig. Wenn wirklich alle um sind? Das wäre hardcore. Wir sind nochmal fest. Entrückte Team um zu sprechen. Wir haben einen individuellen in Kastadie. Ein bisschen runtergegangen. Haben? Ja. Warst du da hinten schon? Da hinten war ich schon. Da ist nichts. Da ist wieder oben auch. Wir müssen auf jeden Fall raus auf den Balkon. Weil das wahrscheinlich... Ja, da ist andere. Zivilist? Aber irgendwer hat Shit gesagt. Shit glaube ich hat nicht ein... Nein, das kann auch die Geisel sein. Hobs. Wo? Oh. Oh mein Gott. Ja? Gut, wenn du mit der Gericht bist. Ich habe ihn nicht erwischt, glaube ich. Sie ist rein. Dortfern kannst du gehen. Ich deck dich. Ja. Dazu wird zuerst mal überlassen es mir. dass du wenn du ballern musst weil du ballerst du musst alles darauf wahrscheinlich hinein er geht vor ich bin schon angehittet ordentlich mein erstes magazin oder recht sparsam ich habe noch zwei volle magazine und ein halbes kann man sagen ja aber du weißt wie viele fern hier oben mit sind und unten kann er sind sind sie oben ich weiß na gut habe ja noch zwei wache was machen einer ist tot einer ist rechts noch angehittet aber nur er ist da und ich hoffe das war kein zivil dann habe ich kein mitleid dann habe ich kein mitleid weiter ich bin noch den schritt zurückgegangen jetzt ich weiß gar nicht ob es geht rechts reingegangen den habe ich getötet um anscheinend zu sehr stark der liegt da zumindest so das habe ich nicht gewusst gut dann mache ich da weiter will ich sagen mhm hoppala da hat er nicht gerechnet dass ich hinter ihm stehe schitter hätte ich das probieren können Hände hoch immer längst heim was ist was ich dachte sonst schoß du das ist ne geisel auch gell dort ja die lebt aber noch ok nein ich hab nur bewegungen gesehen das war ja mich nichts hin schießen draus gut der hat auf mich geschossen Ey, aber ich habe nur gesehen, wie die Zivilisten geschrien haben, ich wollte da nicht blind hinballern. Mach da mal die Tür zu. Warte gehen. Blind habe ich nicht geballert, ich habe schon auf ihn. Ey, aber ich wollte eben, deswegen habe ich nicht geballert. Da ist rechts gleich. Ich habe Bewegung. Du hast Bewegung, wo? Wo? Wo habe ich jemanden von links gehen gehabt, glaube ich. Was machen wir? Ist das im rechten Gang oder im linken Gang? Rechts habe ich was gehört. Oh ja. Rein in den Raum, ich trage den ersten. Ich schau mal rein. Dafür was haben wir. Boah, der steht genau hinter der Wand. Voll da rein. Links hinter der Wand. Ob sie sind nicht durchgegangen, die Füße? Durch die Wand? Nein. Ach, du schießt eigentlich durch die Tür. Bitte? Ich dachte eigentlich, du schießt die durch die Tür dann. Achso, dann hat der, der ist da im Eck gestanden. Nein, aber ich dachte, du schießt der schräge anderen. Schleuder! Kommt, keiner hat gestimmt. Ich muss mich helfen. Das war jetzt plötzlich. Ja. Ah, das war der letzte jetzt. Ja. Müssen wir noch Geißeln finden, glaube ich. Mann, fertig. End of Mission. Oh, geil noch. Oh, der war jetzt noch sehr überraschend, der letzte. Okay, irgendwo haben wir einen Zivilisten mitgenommen. Ich glaube, den hat er nicht im Fuß geschossen. Vielleicht hat es ja nicht überlebt. Ah, okay. Hast du glaubt, das ist ein... Die Tür ist aufgegangen und er ist rausgelaufen. Hast du? Ich hab extra auf den Fuß geschossen, weil du dann rausläufst eben, aber es hat nicht gereicht. Anscheinend. Es hat schon gut. Aber passt, jetzt war ich fokussierter wieder. Wann das jetzt kommt? Ja. Na, ausgeschissen hast du dich, da hat es funktioniert. Genau. Ich meine, F war auch nicht jetzt wirklich gut all in, aber... Ja, all in. Aber das war auch wegen der Zivilisten wahrscheinlich. Dass das so viele runterreißt? Ja, wenn du das ganze Ziel nicht schaffst. Naja, stimmt. Das Ziel gibt's schon viel. So, ab in den Briefrum. Neonkruft. Okay, dann müssen wir auch jemanden verhaften diesmal. Okay, das wird schnell und schmutzig. Ja. Den Anführer der Gruppe. Den Quad-Mama. Die Quad-Mama. Die Quad-Mama. Die Quad-Mama müssen wir verhaften. Possible Causality Location. Das soll alles Gegner sein. Was denn? Die roten Punkte. Nein, glaube ich nicht. Also, das war ja heftig in dem einen Raum, wenn da 40 Leute drinnen stehen. Na ja, die Quad-Mama schützen. Okay. In dem Scoop wird's lustig. Uh. Okay. Jetzt hab ich mir alles angeschaut. Ich war jetzt so fasziniert von den Punkten, dass ich mir gar nicht angeschaut hab, wo man überall reingehen kann. Ich würde sagen, dort. Es gibt, glaube ich, immer einen Eingang. Ist der ein paar da da? Ja. Da ist Party, Alter. Wie ist der da da? Schau mal, wie viele da sind. Na gut, Schäfe. Na ja, ich würde immer sagen, gehen wir mal rein. Ja? We're taking our safety very seriously. Ja? Ja. Ich dachte, das kann man nehmen. Oder so. Okay. Also mal nix. Los, ich bin hier. Oh, der spielt doch nicht auf sich. Hat keiner abgedreht. Was ist da Geld? Out of funds is he Irgendwie ist das nicht zugemacht Ich hab's probiert Ich hab's probiert Warte, ich sehe ihn Haben Stark Ich geh da mal rein Ich nehm rechts die Bar Not alive Okay, bei mir geht's dann weiter Ja, kommen wir Ich glaub da hängt ein Bild vom Laber Da drin hängt ein Bild vom Laber Mr. Juni Mr. Juni? Ah ja, Juni Stab oder Warte ganz kurz, muss da kurz reingehen Sie zeigen mir nämlich grad ein Video Bin gleich wieder da Okay, zwei Eingänge Ich komm schon To launch one and walkway main Oder Haupteingang Ich würde sagen, gehen wir durch den kleinen Oder Wir können auch beide Eine links, eine rechts Und Okay, passt Mal für Action sorgen Dann machen wir das so Ich hab's aufgesprengt Überraschungseffekt Krass, Alter Krass, Alter Wir sind da jetzt schon ein bisschen getrennt, sehe ich Alter Aber wir sind unten hier, okay Das ist ja geil Ja Ich bin von dir aus Bist du am Dancefloor? Fast Ich bin in den Raum davor Das Dancefloor sehe ich aber Ich sehe, wir kommen von der anderen Seite Warte Das sind zwei Geiseln Nimm du die Nimm du die Ich sehe dabei noch gar keine, wer ich echt bin Also Genere in Okay, warte, ich nehme beide Egal Vorsicht, das ist oben auch, gell? Ich dachte, wir müssen runter, aber wir müssen rauf dann Ja Ich sehe die jetzt aber gar nicht Ja, ich bin noch in, ich bin in dem Raum Bist du gerade jetzt weiter Geiseln? Ja, ich sichere hier nur ab, dass da keiner kommen, weil da hinter mir war zu sein Dort weiter vorne habe ich einen gebild Bei mir sind Stufen rauf Bei mir wäre noch ein Nebenraum Okay Zwei sogar Mann, ich weiß nicht, wo der andere hinführt Wo der andere hinführt Da rechts ist eine Tür hinten Und da ist die Tür eben vor mir Okay Wieder geteilt oder gemeinsam? Du bist Du bist Kommandant doch Okay Geh mal Geht rennt Hat bis jetzt gut funktioniert Da Okay, da ist die Tür offen In der anderen Richtung Bei mir ist das Lager Boah Ich bin ziemlich angehittet Ich bin glaube ich auf den Toiletten Das ist schon eine alte Badebille hier, Alter Ich bin jetzt in seinem Spa Bereich Bitte? In einem Spa Bereich Nein Nein Ja Ich bin auch im Spa Bereich Eine Mission haben wir mal fehl geschlagen Du bist auch im Spa Bereich Ich sehe nämlich noch nicht Außer der ist so groß das Spa Bereich Ich habe da zwei an der Nebentür Ah da, ja, sehe dich Entry Team Tock We got a dead suspect here Tock reporting Roger that, Entry Team Tag him And keep moving Bei mir geht's dann hier weiter Das ärgert mich jetzt Weil er hat eine Waffe gehabt und hat in meine Richtung geschossen Ich bin Jetzt ist er tot Leider Ah das war der Boss? Ja Das war der Boss Der hat aber irgendwie unscheinbar Angst geschaut Gehen wir weiter? Ja Wo gehen wir weiter? Ja Das ist in der Kessel Ja Sorry Gut Was, da müssen wir rauf Ja Gehst du vor, ich bin schon fast überhört Hast du noch eine hohe Treppenbahn, ungefähr? Ja Da, oder? Da müssen wir wieder in den Raum zurück Okay Wo wir uns gedreht haben, da hinlang Da geht's auch rauf Da geht's auch rauf Okay Da ist der Damper Ist das rechts der Tür offen? Da geht's gerade links nach rauf oder rechts wieder in die Disco? Stabil ist das laut Ja, gehen wir mal rechts Da geht's Ich sehe da glaube ich immer Ich höre gar nichts aus der Musik Da ist der DJ Du bist du jetzt in Gang Ich bin der DJ Ich hab die Musik abgedreht Was? Ich war der DJ Nein, Mann Ich will noch nicht gehen Ich will noch ein bisschen tanzen Oh, du lachst da Entschuldigung, ich wusste nicht wo du bist auf einmal Da haben wir dich gesehen Wollten nachkommen Deck dich ab Okay Rechts in Treppen Das ist wahrscheinlich der zweite Aufgang Sonst ist das Sicherheitsbüro vorne Das ist das Sicherheitsbüro vorne Wow Haben? Jan Bei mir rechts drin Du musst nachladen Warte ich hab was rein Ja Lass mich diese Hände Er ist raus auf der anderen Seite wieder Aber er hat sich ergeben, er hat sich ergeben Der Mann mit der Maske Die Hände, keils was Bist du weitergegangen oder wo? Ja Der hat schon durch die Wand geballert Der muss ja nur Jetzt würf ich einmal was Jetzt würf ich einmal was Jetzt sind sie rechts geradeaus überall Oh, ich bin noch schnell Oh, ich bin noch schnell Oh, ich bin noch schnell Lass ihn checken Wow Wow Ich weiß nicht, ob ich den habe eben Ich habe noch jemanden gehört Ich habe ihn halt Ich glaube den einen habe ich auf der Tanzfläche Na doch nicht, oder? Kann er? Der ist weg 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 Da war er Da war er Ich bin aber jetzt auch mega angehittert Also Ich auch Der hat mich genau ins Gesicht drauf jetzt Bei jedem Schuss bin ich schon Ein bisschen betäubt Boah Ich weiß ich nicht Nein Bist du der Bart Jetzt habe ich Jetzt sehe ich gar nichts mehr Sorry Das fahre ich schon aus gut Bist du der Bart Ich habe ihm die Granate am Kopf geworfen Und er ist down gegangen da durch Ich habe ihn erschossen Was ist das für eine Granate down gegangen? Achso Okay Ich hätte ihn den Arsch Und er ist euch die Granate eingetötet Sorry Boah das war jetzt knapp aber Das tun wir doch die Schutzweste weiß Okay aber Das heißt irgendwo muss er noch weiter gehen Hier gehts weiter Ah hier gehts runter wieder Hier weint noch einer da Haben wir schon alle Ja okay bedrohungen haben wir schon alle jetzt Naja das war der letzte Ich bin jetzt gar nicht mehr rum Ich bin jetzt gar nicht mehr rum Ich bin jetzt gar nicht mehr rum Wir müssen ja nicht mehr rum hier mal bei dem anderen runter Abgang runter vielleicht haben wir da Ah das kann Element der Talk Wir haben einer Suspekt unten Talk reporting, roger der Retrie-Team. Tag ihn und keep moving. Okay, da sind wir ganz unten. Ah, das ist der DJ. Man hat so viele Tote auch, dass du nicht 100% weißt. Eine tote Leiche hast du. Achso, du hast ja keine. Das war ja der andere Dude. Wenn ich aber draußen gestanden bin, habe ich noch jemanden heulen gehört. Ich habe auch gesagt, jemanden heulen gehört. Aber das war irgendwo im Dancefloor. Ja. Ja. Freude. So werden wir noch sicher hören erst. Ich habe nichts da rum. Oh, da sind die Toiletten. Waren wir auf die Toiletten schon? Ja. Ah. Hast du sie? Grüß, Teppler da. Den Bombenkürtel umgeschnallt. Ein bisschen... Das sind auch noch Toiletten. Ich habe eine geile Idee, muss ich sagen. Hier. Sehr schön. Der Verhaftung hat es nicht geklappt. Der hat auf mich geschossen gleich. Und? Hat es nicht geklappt? Genau. Jawohl. Befehl war verhaften. Ich habe Ihnen halt die Rechte eben nachher vorgelesen. Sie haben das Recht zu schweigen gesagt.